Als ich heute gesehen habe, dass Omzi ein Update braucht, habe ich es natürlich installiert. Erstaunlicherweise war das Update unfassbare 50,2 MB groß. Deshalb konnte man schon davon ausgehen, dass sich Omzi ein kleines bisschen verändert hat. Aber dass sich Omzi so verändert... Holyfuck, war das laut! Der Kneifer hat mir richtig die Ohren weggefetzt, Alter. Wie ihr seht, spielen wir heute einen... Ich glaube, wir bleiben lieber bei dem Update, was wir uns alle wünschen, damit Omzi sich verbessert, was auch immer. Wir spielen heute Omnibus. Wie geht's im... Ja, hier geht's weiter. So, wir spielen erstmal hier Freeplay. Ähm, ähm, ähm... Ach, jetzt geht's. Ähm, wir... Lass mich raten, ist das wieder das Lenkrad? Ich wusste es. Ich wusste es. Egal, was auch geschieht, immer ist das Lenkrad schuld. Nein. Nein. Ah, okay. Wie ihr seht, hat sich die Grafik vollkommen verändert. Bremsen? Bremsen haben sie auch entfernt. Bremsen sind unwichtig geworden. Scheiße auf Haltestellen. Scheiße auf Verkehr. Also, ich hab das jetzt alles auf den höchsten Einstellungen und... Ich finde, die Grafik ist schon deutlich besser. Es läuft auch flüssiger. Ich glaub, das merkt man auch. Okay. Shit, boah. Was war das? Also, in dem neuen Update... Es ist... Oh, fuck. Wie ihr seht, ähm... Sieht die Map jetzt ganz anders aus. Es gibt auch nur noch ein paar Maps. Ähm, die wurden von den Spielerstellern nochmal... Ähm... Nochmal hier erstellt. Und... Oh! Dann gibt's noch diese schönen Features hier, die noch hinzugekommen sind. Und da anderem dieses Speedpad, wo man schneller wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! 200 Meilen pro Stunde! Wie lange soll ich jetzt noch fliegen? Oh, das hat jetzt lang gedauert. Ich will nur mal so ein Speedpad haben. Da ist es. Geht's eigentlich noch schneller? Nee, 203 ist das höchste. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist zu schnell. Story Mode. Thank you. Und zwar haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Missionen. Und die werde ich versuchen, heute alle zu schaffen. Ich betone das heute. Wenn ich innerhalb der nächsten Jahre... Oh, Firework. Oh, guck gleich mal die alte Oma an. Omnibus, I got a big firework that's too heavy to fly into the sky. Drive off the ramp ahead to help it up. Avoid the bumpers too. Alles klar. Ein Feuerwerk, was zu schwer ist. Was hast du denn da zusammen gemixt, meine Liebe? Ach, ich bin das Feuerwerk. Ist ja nett. Und wir sollen jetzt diesen Bumpers aus dem Weg gehen. Oder? Oh Gott, oh Gott, die bewegen sich. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Nein. Toll, lustig. Was war das denn jetzt? Och Mann. Piu. See ya, buddy. Das ist gar nicht so... Wir haben ja jetzt übrigens die 100 Abonnenten geknackt. Ähm, ja, was soll ich jetzt sagen, außer... Scheiße! Es wird jetzt alles genauso weitergehen. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Weißt du was? Das Bad hat morgen nichts so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Ja, okay, aber... Nein, das ist doch eine Schnauze! Wie ist es vorher auch gegangen? Ehhhhhhhhh... Shit! Shit! Nein, komm zurück! Komm zurück! Nein! Hahaha! Nein! Was war da? Awus! Äh, wuh! 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 Nein! Nein! Äh! Ich brauch dringend eine Luftbremse! Eheh! 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 Ci cite! Eheh! Merry Christmas! Ich flieg zu weit! Ich flieg sowas von zu weit! Ohohoho! Nein! Nein! Ja, nein! Ne- Ja! Haha! Ja, nein! Okay! So! Leute! Ja, das war ja mal wieder eine super Reaktion, ne? Ha, sieh ja, Buddy, ha, 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 ha. Ich habe in den letzten Wochen einen anderen Stundenplan, einen Sonderplan gehabt, wo ich keinen einzigen Tag neun oder acht Stunden hatte. Es war sehr schön. Äh, mal ganz davon abgesehen, dass ich demzufolge da noch kein Französisch hatte. Jetzt hätte ich mal bremsen können, hätte ich dem vorlassen können. Aber nein, nein! Bouncing, bouncing! Warum fliegst du da einfach durch? Ich dachte ernsthaft, das hält dich so ein bisschen auf. Wisst ihr was? Wir sagen jetzt einfach mal, wir haben das Level geschafft und fangen mit dem zweiten an. Holy shit. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Was zur Hölle? Ja, na, oh Gott, was war das denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aus dem Weg. Rüttt. Seh. Oh Gott, oh Gott, das können wir schaffen, das können wir wirklich schaffen. 아닌. Oh, nein! Ein Versuch. Einen allerletzten. Wirklich, der allerletzte. Da habe ich keinen Bock mehr. Wisst ihr was? Ich will jetzt nochmal mit dem Ultra-Bus fahren. Gelenk-Bus sind wir ja vollkommen gelernt. Das sieht aber realistisch aus, ne? Ja, muss ich schon sagen. Mal gucken, wie viel der fahren kann. Ich finde vor allem auch diese Preise interessant hier. So ein Hydrant, den ich jetzt gefällt habe. Wie viel kostet der? Aber so ein Briefkast kostet auch nur 10 Dollar. Alles klar! Oh ja, das wird toll. Das wird toll. Das wird... Oh Gott. Oh Gott. Er kümmt ja sofort um. Ist das scheiße. Das ist nicht toll. Ah! Oh Gott, das ist so... Oh! 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 Kann ich hier hochfahren? Oh, was machst du an das? Boom. Er fährt einfach weiter. Er fährt einfach... Er hebt ab! Er hebt ab! Oh Gott, ey! Oink! Alter, Schwede, das ist so krank. Das ist einfach so krank. Ich höre auf. Ich höre auf. Oh! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020